Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Videotraining. Mein Name ist Daniel Lieske und gemeinsam werden wir in das Thema Charakterdesign eintauchen. Ich arbeite seit vielen Jahren als Illustrator, Autor und Comiczeichner. Meine illustrierten Geschichten erscheinen im Internet, in zahlreichen Sprachen und in mehreren Ländern auch als gedruckte Buchausgaben. Charaktere bilden das Rückgrat einer jeden Geschichte und noch bevor ein Charakter irgendein Wort von sich gibt, erzählt er uns schon viel über sich, allein durch seine äußere Gestalt. Es lohnt sich also, dieser Gestalt besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Welche Herangehensweisen man dabei wählen kann, möchte ich in diesem Videotraining vermitteln. Ich werde dazu einen Charakter aus meinem Graphic-Novel The Wrong World Saga hernehmen und an ihm nachvollziehen, welche Schritte zu einem finalen Charakterdesign führen. Wir werden mit schnellen Skizzen beginnen und sehen, welche Rolle Umrisse und Proportionen dabei spielen. Ich werde zeigen, wie die richtige Farbgestaltung viel zum Charakterdesign beitragen kann. Und zum Abschluss werden wir dann ein vollständiges Charakter-Artwork umsetzen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Videotraining mit Charakter. Aufmerksamkeit.